Hallo, ich bin Carsten in Bottrop und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stückchen begleiten. So, hallo nochmal, ich befinde mich hier auf der Halde Beckstraße in Bottrop. Diese Halde wird fälschlicherweise auch Tetraeder-Halde genannt. Die Halde ist ca. 120 Meter über Normal Null. Auf Umgebungsniveau sind das ca. 90 Meter höher als die Umgebung hier. So, eine Serpentine weiter nach oben. Der Tetraeder hat drei Plattformen. Wobei die höchste Planung in ca. 38 Metern höher ist. Und um ca. 8 Grad geneigt ist. Ich denke mal, das kann man im Hintergrund auf den Bildern auch sehen. Es ist leider heute nicht so ein ganz tolles Wetter. Es kommen immer vereinzelte Regen drauf. Ich hoffe mal, das Wetter hält sich so. Ich denke mal, weiter werde ich die Bilder nicht weiter kommentieren können. Weil die Windgeräusche, denke ich mal, dann doch zu hoch sein werden. Oder zu laut sein werden. Darum, wenn ihr gerne mal den Ausblick von da oben sehen wollt, bleibt dran. Ich nehme euch mit hoch. Wir sehen uns jetzt mal bitte. Ich denke mal, bitte. Ich denke mal, wieder zuhören. Wir sehen uns wieder. Das war's. Wir sehen uns wieder, bis zum nächsten Mal. Ich range noch nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dann fing es auf einmal ganz stark an zu hageln und der Wind wurde noch stärker. Und habe ich mich dann entschieden, ich komme im Sommer nochmal hierher. Und ich denke mal, dann wird die Aussicht auch nochmal besser sein. Der Wind wird dann auch nicht mehr so stark sein. Und darum sage ich erstmal, ich hoffe es hat's gefallen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.